Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Spanien gegen England im EM-Finale. Die Spieler im Vergleich. Am vergangenen Sonntag fand das mit großer Spannung erwartete Finale der Europameisterschaft zwischen Spanien und England statt. Beide Teams haben im Turnier starke Leistungen gezeigt und sich ihren Platz im Finale redlich verdient. Dieser Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Spieler beider Teams und ihre bisherigen Leistungen im Turnier. Die spanische Nationalmannschaft unter der Leitung von Trainer Luis Enrique hat im Verlauf des Turniers beeindruckende Leistungen gezeigt. Besonders herausragend war der 18-jährige Pedri. Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona wird oft mit großen Namen wie Andres Iniesta verglichen und hat mit seiner Spielübersicht und Passgenauigkeit das Spiel der Spanier maßgeblich geprägt. Sein Teamkollege, Stürmer Ferran Torres von Manchester City, konnte ebenfalls wichtige Tore für Spanien erzielen und gilt als einer der besten jungen Angreifer Europas. Ein weiterer wichtiger Spieler im spanischen Kader ist der erfahrene Sergio Busquets. Der Kapitän der Mannschaft hat die Defensive Spaniens organisiert und auch im Mittelfeld eine Schlüsselrolle gespielt. Seine Erfahrung und sein Spieltempo waren entscheidend für den Erfolg seines Teams. Auf der anderen Seite stand die englische Nationalmannschaft, die von Gareth Southgate trainiert wurde. Auch die Engländer konnten während des Turniers mit starken Leistungen überzeugen. Ein herausragender Spieler war hierbei Harry Kane. Der Kapitän und Stürmer von Tottenham Hotspur, bekannt für seine Torjägerqualitäten, hat durch wichtige Tore maßgeblich dazu beigetragen, dass England das Finale erreicht hat. Ein weiterer Star im englischen Team ist der junge Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Trotz seines jungen Alters hat er im gesamten Turnierverlauf konstant hervorragende Leistungen gezeigt. Seine Läufe in die Tiefe und seine aggressiven Zweikämpfe haben der englischen Mannschaft zusätzliche Dynamik verliehen. Ein weiterer Spieler, der erwähnt werden muss, ist Declan Rice von West Ham United. Der defensive Mittelfeldspieler hat durch seine defensiven Fähigkeiten die gegnerischen Angriffe oft schon im Keim erstickt und seine Mannschaft vor gefährlichen Situationen bewahrt. Beide Teams haben also hochkarätige Spieler in ihren Reihen, die sowohl in der Vergangenheit als auch im aktuellen Turnier beeindruckende Leistungen erbracht haben. Die Frage, welches Team den begehrten Titel letztendlich gewinnen wird, hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Tagesform der einzelnen Spieler, die Taktik der Trainer und auch ein Quäntchen Glück. Doch eines steht fest. Das Finale der Europameisterschaft 24 wird zu den unvergesslichen Spielen in der Geschichte des Fußballs gehören. Mit Weltklasseathleten auf beiden Seiten, die alles geben werden, um für ihr Land den Titel zu holen. Autor Anita Farke, Damm, Samstag, 13. Juli, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.